das ist so der 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 hack hat so sagen wir dass man der so sehr mal fängt okay das ist okay ich will sagen der so langsam dreht der ist auf natürlich blöd dann nehme ich den besser lässt uns jetzt so durchsichtig durch ein bisschen blöd okay wenn dann den ja dann immer den und jetzt kaputt gekommen ist das weiß ich nicht wieder rein mit ihr warte mal ich wollte jetzt gucken kann man die zugeschnittenen auch oder drehen die sich auch das würde mich interessiert mal ein hier rein ich krieg ein zu viel ich krieg ein zu viel ich krieg ein zu viel ich war ja das gerade etwas was haben wir hier noch ach so hier war noch genau noch kabel ich verbrauchen wollte okay das sind jetzt kann was kann was kann was kann wir bei euch gar nicht aber die kann ich verwenden das ist gut das gefällt mir das gibt schon so so ein charakterischen stil daraus weil die dinger wollte ich auch für den mera benutzen das ist also ich kenne da selber räume die kült werden müssen wir die alte zu warm laufen darauf wollte ich mit diesen blöcken hinaus das habe ich gesehen bei 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 debitor habe ich das glaube ich gesehen eine bei debitor war das da gab es diese blöcke so haben wir den raum fertig möchten in der tür bräuchern kann man so lassen beeindrucken die blöcke irgendwas bleibt block block bleibt block dann fallen die darunter sie fragen kann man einen gewind auf den kopf stellen dann würde ich den kleiner in die mitte packen und die tiere rein laufen lassen das muss ich halt gucken wie ich die strober mit stromkabel könnte die noch töten wäre dann so dass wir halt eine mfsu machen mit blank cable das hatte ich nämlich in dem letzten projekt und die halt dadurch töte könnten auch noch machen aber ich habe ein grinder ich diesmal ich so rum die mache ich später da komme ich auch gleich noch zurück hier erst mal fackeln setzen oh mein gott eine fähige meldung drüber sind ja die dinge jetzt habe ich ein problem muss nach dahin müsste nach dahin ja ich glaube meine idee von von anfang an war glaube ich gar nicht was dumm sag ich mal ich glaube das war die bessere idee von an die muss ich hier abschneiden ich sage ich tue alles raus bräuchte ich nicht mehr das lass das hier weg kann ich immer noch abgecovert lassen mehr braucht er nicht er braucht er nur das ding noch das war es dann zum sortieren so da könnte ich auch noch mal sagen ich könnte hier die ganzen bereiche weg man ich weiß ja nicht ob die tiere dann direkt runter fallen da frage sie natürlich noch nicht äh was brauche ich bei dem grinder der bräuchte item bräuchte und dann bräuchte sogar fluid was kriegen wir hin so item wir brauchen äh fluid ne hier bräuchte ich gar nicht raus ich sehe das gerade hier bräuchte ich habe gar nicht mehr ich muss hier nicht raus denn ähm hier drunter ist schon der raum ich muss mit dem strom aber raus weil der strom von oben kommt das heißt ich werde hinten doch die leitung legen das heißt es wird mir doch kabel kosten ich bin ein idiot machen wir das wieder rückgängig itempipes so und fluidpipes sind jetzt alle dran ich glaube schon können wir das nehmen ab wobei hier einfach so ich frage mich wo mich das hin das mache ich gleich da auch noch so dann kommt das hier oh ich bin ganz ehrlich manchmal bin ich verpeilt und warum mache ich das nicht besser jetzt geht der gewinner gleich kaputt ne oder so so ich frage nicht erst ich füge gleich wieder die ganzen dinge jetzt zusammen wenn ich alle habe ich mache hier mabel hin morgensverbindes verpeilt die muss ich verlassen die sind ja dafür aber die muss ich nicht lassen dafür kann ich auch dafür kann ich auch einen hammer nehmen so ja dafür muss ich den natürlich hin mal das ist jetzt ein bisschen blöd ganz ehrlich mach wieder so eine mühe raus die kann ich brauche dafür hier da macht du mal blöcke zack schau mal haben wir noch baubeutel ich tue es mir irgendwie die baustaus weg hier habe ich keine mehr hammer im beam beutel habe ich noch marvel auch nicht mehr das meister war hier habe ich marvel so da muss ich mir gleich ohne ein ohne spitzsack geholen das ist wäre auch gut ah siehst du da ist es nämlich schon ohne spitzsack muss ich mir ehren weil ich da miss gebaut habe so jetzt haben wir es irgendwann haben wir es richtig ich das haben möchte so ja ich weiß ich hätte darum jetzt eine linie ziehen müssen hier dann springen wir im auto mal uns bei ihm noch von den Lücken paar an die habe ich hier eingepackt ne so 31 Blöcke sind ok glaube ich ich brauche noch ähm pickaxe ja nehmen wir hier sticks irgendwie so aber mehr 5000 stück da sind wir hier ruby ruby hält glaube ich lange nur eine ruby spitzsacke das reicht wir brauchen ja nicht so viel oder brauchen sie nicht so oft hoffentlich heute noch ach also den den wollte ich durch mabler setzen stimmt ja wollte ich die fackel da hinsetzen wieder und und weil ich so ein glücklicher junger bin kann ich jetzt eigentlich sagen eigentlich hier dass hier der raum fertig ist oder nicht und der ist fertig bleiben wir uns ganz sicher der bleibt so brauchen nur ein stromkopf was wir schon rauslegen und dann brauchen wir marble und die die technical blocks ne die habe ich schon eingebaut ok dann brauche ich fackeln ich nix und rechts hinsetze damit halt nix spawnt mhm brauche ich das ne das brauche ich auch nicht mehr jetzt muss ich halt ein bisschen immer wechseln mit dem blöcken dann haben wir jetzt hier oben diese fans blöcke auch noch toll dann machen wir den auch soweit fertig der braucht auch nicht viel der braucht den grinder den muss ich gleich noch einstellen das mache ich von unten ich brauche noch hier conveyables keine ahnung ich komme ich komme gar nicht so soweit